Jetzt kommen wir zu auf sieben Bäumen. Das hat sogar eine Windmühle. Heute ist der 1. Mai 2012. Hier ist der 1. Mai 2012. Ja, hier die Bundesstraße in 208, rechts rum, was ist hier los, Maibaum fest, früher hatten sie immer noch Maibaum, jetzt nicht mehr, doch, da stellen sie wohl einen auf, genau, oder irgendein Fahnenmast, hier ist die Kirche, eine christliche Kirche, da haben sie auch schon die Dachen abmontiert, wegen Kupferklauen, na, solche Leute gibt das hier auch, die Kupferklauen. Das ist auch schon ein bisschen her, ich glaube, drei, vier Jahre, da wurde das abmontiert, die Fallrohre, wo sie rankamen, und in Komesse ebenso, alles was geht, wird abgebaut, da ein Sportfest, in sieben Bäumen, hier noch Schafe auf der Weide, zum Schichten, prima, hier sieben wollen. Wir filmen gleich durch, Kasthorff Bahnhof heißt das hier gleich, Kasthorff Bahnhof, am 1. Mai 2012. Gut. Hier ganz langsam fahren, wichtig, 50, mehr nicht, denn hier stehen sie oft, mit der Kamera, und dann heißt das filmlich, der Christenzettel vom Innenminister. Ja, hier alles sauber, größtenteils, alles in Ordnung. Da eine Moderat-Gang, ganz gefährlich, hier kommen sie, das filmen wir noch mit. Jo, die waren noch ganz ordentlich, alle langsam. Das war's denn aus, Kasthorff Bahnhof, bye bye.